ja okay dann bis zum nächsten part und tschüss so sind wir wieder bei the crew ja bei messe fährt direkt aus dem bild raus wir machen dann gleich weiter mit den nächsten events ja und ist hier ein bisschen schade dass der körsel immer unten rechts in die ecke switcht was ein doch jetzt muss nämlich immer